Sterbevierteljahr zurückzahlen, weil ich zu hohes Einkommen habe. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe hier eine ganz interessante Anfrage auf Rentenbescheid24.de erhalten. Eine kurze Frage, ist die Vorschusszahlung später in voller Höhe zurückzuzahlen, wenn sich herausstellt, dass der Hinterbliebene wegen zu hoher Einkünfte keinen Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente hat? Nein, die Vorschusszahlung, das sogenannte Sterbevierteljahr, ist grundsätzlich anrechnungsfrei von irgendwelchen Einkommen. So sagt es das Anrechnungsgesetz im SGB VI. § 97 SGB VI regelt, dass erst nach dem Ablauf des Sterbevierteljahres eine Einkommensanrechnung an die Witwen- oder Witwerrente zu erfolgen hat. Bitte nicht vergessen, meine Damen und Herren, das Sterbevierteljahr ist Teil der Witwenrente oder Witwerrente. Also man denkt immer, das Sterbevierteljahr hat nichts mit der großen oder kleinen Witwenrente oder Witwerrente zu tun. Nein, das ist nicht der Fall. Das Sterbevierteljahr gehört mit zum Witwengeld zur Witwerrente mit dazu. Das heißt also, nach dem Gesetz ist es so, dass alles das, was sie an Einkommen haben im laufenden Sterbevierteljahr, also in diesen drei Monaten nach dem Tod des Ehegatten oder Ehegattin, dass das nicht an die Witwenrente angerechnet werden darf. Erst danach, wenn sie dann zu viel Einkommen haben, kann es dazu kommen, dass die große oder kleine Witwerrente hier nicht ausgezahlt wird, weil sie zu viel Einkommen haben. Also keine Sorge, im Sterbevierteljahr gibt es keine Einkommensanrechnung von Verdiensteneinkommen, Vermögenseinkommen und sonstigen Einkünften. Erst nach Ablauf des Sterbevierteljahres. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel